hallo zusammen ich hoffe euch geht es allen gut am heutigen tag mache ich wolfspatsch mit gerösteten kartoffeln und gemüse mischung dazu benötigen wir karotten knoblauch brokkoli blumenkohl peperoni lauch kartoffeln fisch thymian wasser petersilie schnittlauch basilikum paprika pulver oregano knoblauch zwiebelpulver cayenne pfeffer meeresalz schwarzer pfeffer salz olivenöl ingwerpulver und kurkumapulver viel spaß bei der zubereitung und beim genießen in diesem video habe ich für acht personen gekocht zubereitungszeit circa zwei stunden ich mache olivenöl und wasser in den sehr kleinere rein damit das gut zerkleinert wird und nicht an den wänden kleben bleibt danach mache ich die kräuter thymian petersilie basilikum und den knoblauch in den sehr kleinere und sehr kleinere das ganz schön in der roten schüssel füge ich ein bisschen wasser und olivenöl mit einer knoblauchzehe ein und lass es ein bisschen ziehen das ist übrigens die marinade für den fisch in die kräuter und in der schüssel gebe ich noch ein kleines bisschen zwiebelpulver rein jetzt werde ich das ganze zerkleinern nicht Musik Jetzt würze ich die Marinade für den Fisch, mache drei Esslöffel Paprikapulver rein. Fehl. Zunächst mache ich Meeressalz rein. Zwei Teelöffel schwarzer Pfeffer, zwei Teelöffel Cayennepfeffer, zwei Teelöffel Ingwerpulver, zwei Teelöffel Oregano, zwei Teelöffel Qualcuma-Pulver. Zwei Teelöffel 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Deckel ist in die Marinade geflogen. Jetzt lege ich den Fisch in die Marinade und lasse es für 30 Minuten ziehen. Zunächst schneide ich die Kartoffeln in Würfel und wasche sie danach. Ich bereite das Kräuter vor, Basilikum, Schnittlauch, Petersilie, Salz, Meeressalz, ganz wenig Oregano, Schwarzer sowie Cayennepfeffer auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gebe Olivenöl über die Kartoffeln und danach die Kräuter und vermische es ganz gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gebe die Kartoffeln in den Backofen. Jetzt schneide ich das Gemüse. und koche es danach. Und koche es danach. Ich gebe die Kartoffeln in den Vielen Dank. Vielen Dank. Lauch, Brokkoli, Blumenkohl in den Topf und koche es. Vielen Dank. 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 Ich nehme das kochende Gemüse raus und lasse es abkühlen. Und brate es dann zusammen mit der Peperoni an. Vielen Dank. Jetzt brate ich das Gemüse an. Jetzt brate ich das Gemüse an und würze es gut. Den Fisch. Den Fisch gebe ich in den Backofen bei 200 Grad Umluft für 30 bis 35 Minuten. Einmal nehme ich noch raus und wende die Fische. Ich habe die Kartoffeln, ich habe die Kartoffeln, ich gebe die Kartoffeln, ich gebe die Kartoffeln, ich gebe die Kartoffeln rausgenommen, um sie nochmal gut durchzumischen. Ich gebe die Kartoffeln, ich gebe das mit dem Backoffeln, ich gebe die Kartoffeln, 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 ich gebe es mit Salz, Meeresalz, schwarzer Pfeffer, Cayennepfeffer und Oregano. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank. Ich habe den Fisch jetzt rausgenommen, um ihn zu wenden. Vergiss nicht, zwischendurch die Arbeitsfläche durchzuputzen. Dann habt ihr danach weniger Arbeit. Ich habe den Fisch jetzt rausgenommen. Ich gebe den Fisch nochmal in den Backofen. Wenn alles fertig ist, nehme ich alles raus und serviere es. Ich habe den Fisch jetzt rausgenommen. Ich habe den Fisch jetzt rausgenommen. Ich habe den Fisch jetzt rausgenommen. Ich habe den Fisch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zunächst mal möchte ich mich bei allen bedanken, die sich das Video bis zum Ende angeschaut haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Peace.